Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Digital Punks. Deine One-Step-Destination zum Thema Musik-NFTs und Web3 mit Chris und Lukas. So Lukas, was haben wir heute mitgebracht? Heute mit dabei, Royal IO macht Onboarding für Künstler auf. Amused IO hat ein NFT-Music-Manager-Spiel, das gucken wir uns kurz an. Dann stellen wir die Frage, wie AI-Musik für NFT-Communities interessant sein kann. Und wir schauen uns namhafte Drops von Armin von Bugen, Violetta Cironi und Snoopog an. Super. Sollen wir direkt rein starten? Als erstes gucken wir uns Royal.io an. Über die haben wir ja schon mal berichtet auch in einer der letzten Folgen. Und da kann man so gesehen die Musikrechte handeln. Das heißt, man beteiligt die Leute, die Fans an den Streaming-Einnahmen. Und das war bisher super kuratiert. Du hattest eigentlich keine Möglichkeit, da reinzukommen. Und jetzt machen sie das quasi auf, dass du dich da bewerben kannst. Das hier ist die Seite. Nicht mehr nur Royal.io, sondern artist.royal.io. Haben sie eine kleine Landingpage gebaut. Und wenn man da auf der Seite runtergeht, dann kann man sich auch Get a Quote anklicken. Und dann kann man sich quasi als Artist bewerben, um auch auf Royal stattzufinden. Muss man irgendwie ein paar Infos geben. Spotify, Artist-Profil, Mail. Wie viele Hörer hat man auf Spotify? Die wollen natürlich direkt wissen, okay, wie groß bist du? Bist du auch interessant für uns? Hast du schon einen Distributor oder bist du zu einem Label gesigned? Vielleicht beides und man soll immer einen Royal Account mit angeben. Das so einmal als Mini-Überblick. Ich habe hier mal von Diplo, Don't Forget My Love, die Drop-Page quasi aufgemacht. Interessant. So sieht das aus, wenn man quasi von dem Künstler auch hier den passenden NFT kaufen will. Da wäre die Frage, die ich mir so ein bisschen stelle, ist das was, was nur für die Künstler rentabel ist? Oder ist das auch für die Fans interessant, Chris? Wie siehst du das? Weil man kriegt irgendwie hier in dem Fall bei einem Preis von 999 Dollar, kriegt man Royalties von 0,05 Prozent. Und das sind dann irgendwie im Jahr, sagen die hier, man kann irgendwie auf deren Seite rumsliden. Die Leute, die das Video gucken, die können das hier mitverfolgen. So im Average kriegt man dann 86 Dollar im Jahr. Das heißt irgendwie, sagen wir mal, ein knappes Zehntel von dem, was man gezahlt hat, kriegt man so im ersten Jahr dann an Royalties ausgezahlt. Es erscheint erst mal auf den ersten Blick ein langer Zeitraum, um dein Initial Investment sozusagen zu recoupen. Also du bräuchtest dann theoretisch zehn Jahre, wenn man jetzt ein bisschen optimistischer schätzt und sagt, okay, der Track geht irgendwie durch die Decke, ihre Karriere hebt noch mehr ab. Diplo, ist das ein Künstler oder eine Künstlerin? Ja, der gehört zu dem Major-Laser-Team. Ah, okay. Aber selbst wenn man hier ganz optimistisch ist, geht er so zu 116 Dollar im Jahr. Ich glaube, was wichtig ist, oder was ich schwierig finde, ist, es wird so vermarktet, als wenn das quasi so ein Big Win auch für die Fans dann ist. Ich glaube, man muss das ein bisschen anders sehen. Und fände ich auch wichtig, wenn die Künstler das dann so gegenüber ihren Fans rüberbringen. Es ist quasi ein Zusatzbenefit, weil du hast ja das Collectible. Also du hast den NFT von dem Künstler, der ist limitiert. Es gibt hier nur 100 zum Beispiel von dem Token. Und das ist ja dann ein Zusatzbenefit. Das heißt, du hast quasi noch ein bisschen Einkommen. Und der NFT kann ja auch im Wert steigen und sinken. Das heißt, das ist hier ein Bonusbenefit. Und wenn man es als das sieht, finde ich es wiederum eine coole Sache. Es muss halt nur klar kommuniziert sein irgendwie. Und da stellt sich auch so ein bisschen wieder die Frage, das ist ja gebunden an die Einnahmen über Streaming, also zum Beispiel über Spotify. Da wäre es natürlich dann, und Streaming macht ja 65 Prozent des gesamten Music Revenues global aus, wie das dann ist mit der Vergütung in der Zukunft. Ich hatte letztens einen Post gelesen, dass eigentlich auch, wenn man sich so die Inflation anschaut und auch so Streaming-Services, die über die Jahre hinweg ihre Preise angeheben, gehoben haben, so wie Netflix oder Amazon, die haben mitgezogen. Nur Spotify ist der Preis immer gleich geblieben. Wenn Spotify den Artist mehr auszahlen soll, dann müssten sie den Subscription-Preis hochpacken. Und dann wäre es vielleicht auch wieder hier, gäbe es die Möglichkeit, dem Fan vielleicht ein bisschen mehr auszuzahlen. Ja. Es bleibt spannend. Und ich würde sagen, an der Stelle ist wirklich das Fazit, man darf es nicht als, ich kriege das auf jeden Fall dadurch wieder rein, sondern als ein Superbonus-Benefit einfach. Wir haben heute noch was mitgebracht. Amused nennt sich das. Das ist ein NFT-Music-Manager-Spiel. Kommt aus dem deutschen Raum übrigens. Der Founder ist aus Deutschland, der Phil. Und wir schauen uns einfach mal ganz kurz hier diese Landingpage an, um einen Eindruck davon zu gewinnen, in welche Richtung das geht. Also wir kennen ja, ihr kennt vielleicht auch das Supercards-Franchise. Das gibt es sowohl von NBA als auch WWE, also im Wrestling-Bereich. Du kannst dir die App runterladen und kannst dann einfach Karten sammeln und in Battles gegeneinander antreten. Das Spiel ist hier so ausgelegt, dass NFTs mit im Mix sind. Das heißt, am Anfang bekommst du so einen Booster-Pack, um auch erst mal leicht reinzufinden, nicht direkt diesen monetaren Aspekt zu haben. Du kannst dann aber über die Zeit hinweg so auch deine eigene Hall of Fame aufbauen, also von Künstlern, die dann sich einfach mit der Zeit entwickeln, diese Karten. Wie das dann in der Praxis aussieht, das müsste man sich vielleicht nochmal anschauen. Besonders wie so der Aspekt zu Tokenomics und dieses Earning-Modell aussieht dann. Aber ich finde es erstmal super interessant. Es gibt hier verschiedene Raritätsstufen von NFTs, was auch transparent dargestellt ist. Es gibt 1000 Glas, 100 Gold, 10 Platinum und einen Diamond von dieser Karte zum Beispiel. Und es gibt eine ganze Menge Künstler, die hier auch schon auf der Plattform dann vertreten sein werden. Vorrangig im Rap, deutscher Gangster-Rap, glaube ich, sind relativ viele dabei. Das ist so vorrangig. Und du kannst gegeneinander, hier hast du ein Ranking, wo du sehen kannst, wie du im Vergleich mit den anderen Community-Members so abschneidest. Das hat also auch so diesen Community-Gaming, Gamified-Aspekt an der Stelle. Und das ist eine coole Entwicklung, weil wir wissen natürlich auch, dass der Game-Markt an sich Spiele sehr, sehr gut zu monetarisieren sind. Wenn man sich so große Franchises anschaut, so wie Call of Duty, die irgendwie in den ersten paar Tagen auch so hunderte Millionen von Umsatz generieren. Menschen lieben es einfach, Experiences zu haben. Menschen lieben es einfach, etwas zu spielen und zu entdecken, was denn, wie eine Story sich weiterentwickelt. Und Musik ist ein super Use-Case, um Gamified-Experiences zu bauen. Deswegen finde ich das eine super Sache, was die hier gebaut sind. Und bin sehr, sehr gespannt, in welche Richtung das geht. Also du kannst hier earnen. Die haben auch ein paar coole Partner, muss man sagen. Animoca-Brands, die sind auch bei ganz, ganz vielen mit dabei. Also ein super Testament-Polygon. Ist hier mit dabei, wo denn die NFTs gemittet werden. Gehe ich mal davon aus. Ja, und interessanter Case, würde ich sagen. Ich werde das Spiel auf jeden Fall mal anspielen, um zu sehen, wie sich das anfühlt. Und bin gespannt, was sie da in den nächsten Monaten ausrollen. Also ich glaube halt auch, dass das mega Potenzial hat. Ich meine, Top Shot und SoRare, zum Beispiel im Fußballbereich, haben gezeigt, wie krass das angenommen wird. Und das macht Sinn, sowas auch im Musikbereich, gerade irgendwie hier im Gangster-Rap, wo sowieso auch so Battles ja quasi mit so ein bisschen zu der Kultur gehören, dann irgendwie hier die Rapper gegeneinander fighten zu lassen. macht von vorne bis hinten Sinn. Ich gehe davon aus, dass man die Booster-Packs wahrscheinlich auch mit Fiat kaufen kann. Das heißt, dass die Einstiegsbarriere gering ist für die Consumer, für die Fans. Sowas macht halt einfach Sinn, um mehr Leute onzuborden, dass du nicht quasi erst dir ein Kryptowallet erstellen musst, erst da dir die Kryptowährung kaufen musst, sondern einfach loslegen kannst. Interessant ist natürlich, was du auch gesagt hast, du möchtest diese Karten sammeln. Das hat also diesen Collectibles-Aspekt, den wir bei Musik-NFTs sehen. Und wir haben es in einer der hervorigen Folgen auch gesagt, die Hauptutility von so einem Musik-NFT ist, dass es ein Digital Collectible ist für dich. Dass du das in deiner Wallet hast, dass du einfach auch einen gewissen Stolz irgendwie hast. Du besitzt so einen Teil dieser musikalischen Journey dieses Künstlers. Kannst dich austauschen mit deinen Freunden und vielleicht auch Familie oder Verwandten, wenn da jemand begeistert ist in dem Bereich. Und ja, das ist einfach eine coole Sache. Ich bin gespannt, wie wir das weiterentwickeln. Und ja, es bleibt interessant, wie sich das in den nächsten Monaten entwickelt. Ich wünsche dem Team auf jeden Fall alles Gute. Wir werden das auch anspielen und weiter zurückmelden und das verfolgen. Wir werden das auch auf jeden Fall weiterverfolgen. Toi, toi, toi. So, dann haben wir noch eine größere News mitgebracht. MiBits, die NFT-Community, kennt man vielleicht. Die haben sich zusammengetan und ich glaube, die hatten sogar schon eine Partnerschaft mit WarpSound. Und WarpSound hat ja die Authentic Artists. Das sind einige Künstler, so virtuelle Künstler, die so KI-generierte Musik veröffentlichen. Und die haben jetzt so ein Album rausgebracht, nennt sich MiBits Turn-On, 13 Tracks. Never been heard before. Kann man sich auf Spotify anschauen, anhören, aber es gibt auch die Möglichkeit, das zu collecten als Digital Collectible. Wenn du ein MiBits-Halter bist, dann bekommst du das automatisch, beziehungsweise du kannst es claimen. 918-Owner haben wir hier. Wie das funktioniert, rein von der Experience. Davon hat man auch noch nicht ganz so viele gesehen. Du hast hier den NFT, mit dem du interagieren kannst. Also du kannst hier die Musik spielen. Du kannst den einzelnen Track, das sind alles virtuelle Künstler. Glitch, Narhart, Naomi. Geht auch wieder auf den Bereich zurück, ein nettes Collectible. Es geht nicht unbedingt darum, dass das, das war sicherlich auch nicht ihr Ansporn, jetzt was zu produzieren, was jetzt in die Höhe schießt und irgendwie Tausende von Euro, Tausende von Dollar an Value gewinnt, sondern es geht einfach um diesen Aspekt Community Building auch, dass man die Community weiter vorantreibt, dass man Mechanismen entwickelt, um Rewards einzustreuen in diese Community, auch dieses Miteinander weiter zu festigen, weil besonders da geht es auch darum, dass man mit der Zeit auch so Brand Ambassadors, Community Ambassadors aufbaut, die einfach für die Community stehen, wenn MeBits und das haben die in der Vergangenheit gemacht, noch stärker in diesen Musikbereich reingehen, dann ist das ein USP auf jeden Fall. Warum möchte ich in dieser Community sein? Ich kann, ich bekomme nicht nur die PFPs, ich bekomme nicht nur ein paar andere gute Rewards, sondern es gibt eine Community, die auch getrimmt auf Musik Experiences ist, wo ich mich mit anderen Community Members austauschen kann zu diesem Thema und ich finde das eine coole Sache. Yuga Labs hat ja auch MeBits gekauft im März 2020, das heißt, das ist ein weiteres Franchise von Yuga Labs, was unheimlich profitabel ist, die haben auch einen, MeBits hat wirklich ein gutes Volumen auf OpenSea und es ist ein netter Drop, auch hier wieder ein Digital Collectible, was als sozusagen zum Zusammenschweißen dieser Community am Ende funktioniert und das Interessante ist halt, vielleicht kann man auch in der Zukunft so Kollaborationen mit anderen Community Members machen, die dann auch eigene Musik zum Beispiel, du weißt nie, wer da unterwegs ist in diesen Communities, da gibt es vielleicht einige Community Member, die selber Musik produzieren und dann sagen, hey, ich habe hier einen coolen Track, lass uns doch mal schauen, ob es eine Kollaborationsmöglichkeit gibt und dann ist das so ein Streueffekt, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber AI Music ist auf jeden Fall so ein Community Instrument, was wirklich interessant sein könnte, um Engagement voranzubringen in der Zukunft. Auf jeden Fall, ich finde auch, die haben das clever gemacht, weil die das als Free Claim ja quasi, das heißt, die haben nur Gas fees bezahlt, weil es ja auf Ethereum ist, das heißt, für wahrscheinlich zwei, drei Dollar oder so konnten die das Claim, das heißt, hier war keine große Hürde und die haben direkt mal die Community, wo der Artist ja quasi herkommt, so der Virtuelle, mit ongebordet. Das ist ein super Weg, um irgendwie erstens die Mibits Community weiter zu beleben und die aber auch hier in diese Musik-Collectible-Schiene reinzuholen und ja, ich bin Fan davon, dass sie das so gemacht haben, auch nicht irgendwie gesagt haben, so ihr könnt jetzt hier für 0,1 E's irgendwie das kaufen, sondern wirklich so Low Barrier aufbauen, ihr habt hier ein Collectible, das ist ganz cool gemacht mit dem Gimmick, dass man irgendwie auf OpenSea da die Tracklists da durchscrollen kann und so, ich bin, ich finde es ein cooles Use Case. Das ist ja auch so ein Memorabilia dann für die Community Members, also das macht ja zwei Dinge am Ende, als NFT-Projekt hast du, hast du immer so zwei Customer Journeys, du hast deine Prospects, die Leute, die du konvertieren möchtest von Community Members in, zu einen NFT Holdern, wenn die sehen, oh wow, die geben Inzentivierungen, Rewards raus, ongmas, in dem Bereich, ich möchte NFT Halter werden, das hat natürlich auch Einfluss auf den Floor dann am Ende, und der zweite Aspekt ist die Haltungsdauer von so einem NFT, was dabei beeinflusst wird, also auch dieser ganze, dieser ganze Aspekt Customer Loyalty, der da mit reinspielt, was auch für Brands, also ein wichtiger Aspekt ist, man könnte fast wahrscheinlich schon sagen, wenn Doodles eine Brand ist, dann ist MiBits auf gutem Weg auch so eine Brand zu werden in dem Bereich. So, es ist Zeit für den ersten Digital Punks Po-App, den wir offiziell rausgeben, den könnt ihr für die nächsten zwei Wochen claimen, also bis die nächste Folge rauskommt. Ihr werdet immer zwei, Stand jetzt, immer zwei Wochen Zeit haben, quasi um den aktuellen Po-App zu claimen, bis halt immer die nächste Folge dann draußen ist. Und wie machen wir das, Chris? Wie kommen die Leute an den Po-App? Ihr könnt uns auf Twitter folgen, das haben wir eingeblendet. Und folgt uns auf Twitter einfach und schreibt uns eine DM und dann schicken wir euch einen Link, wo ihr diesen Po-App mitten könnt. Genau, für die Leute, die nicht das Video gucken, in den Shownotes ist auch der Link zum Twitter dabei. Also, schreibt uns auf Twitter, dann kriegt ihr den Claim-Code und könnt den Po-App claimen. Wir haben uns ja auch bei dem Po-App was gedacht, das ist ja nicht einfach so, hier habt ihr ein Po-App und ihr habt zugehört, so quasi der Proof of Attendance, sondern da steckt ein bisschen mehr dahinter. Genau, also wir wollen gerne dahinter so ein paar Messages einfach herausstreuen, weil Musik bedeutet ja viel für Menschen im Leben, sei es jetzt, dass du es in deinen Alltag integrierst und auf der Arbeit hörst und was dir so einen Entspannungseffekt gibt. Das sind Dinge, die Familien auch zusammenbringen, was Erinnerungen festhält. Denn wenn du auf deiner Hochzeit bist und der erste Tanz irgendwie hast mit deiner Frau, dann ist das eine Erinnerung, die du immer bei dir behältst. Deswegen soll dieser Po-App-Drop an der Zahl werden sieben sein. Die Genesis-Po-Apps. Die Genesis-Po-Apps, genau. So ein inspirativer Satz, der so ein bisschen darauf hingehen soll, also in die Richtung, Musik ist ein Kreativitätsbooster, Musik ist ein Erinnerungsbeschleuniger. Musik ist auch Inspiration für uns, ist universell und kulturell. Dahinter versteckt sich so eine kleine Story und dann ist es hoffentlich eine nette Erinnerung daran, was Musik für euch machen kann und Musik für uns auch als Gesellschaft. Genau. Wir würden uns freuen, wenn die den Po-App-Claimen. Do it. Und damit gehen wir auch zur nächsten News-Story, Helix Records. Und zwar ist das neues Label für elektronische Tanzmusik von Warner Records wird es vertrieben. Also die übernehmen den weltweiten digitalen Vertrieb und der NFT, den sie bald rausgeben, diesen Genesis-Pass, der soll es Künstlern ermöglichen, Feedback zu ihrer Musik von dem Label zu bekommen. Und die bringen halt, wie gesagt, bald diesen Genesis-Pass raus. Das heißt, das ist ein digitaler Pass, der dann den Inhabern den Zugang zu ihrem Ökosystem ermöglicht. Für die Leute, die das Video gucken, es ist noch nicht viel mehr da als diese Website, die hier so ein endlos drehender Warp ist quasi. Es gibt schon die, auf Twitter haben sie eine Seite extra auch für NFTs. Die haben auch einen Twitter-Account so vom normalen Helix-Records. Aber die haben, wie gesagt, hier den Dedicated-NFT-Bereich und dieser Genesis-Pass, der wird bald rauskommen und die Utilities davon sind, dass man kostenlose Musik-NFTs von Künstlern bekommt, VIP-Tickets, Backstage-Pässe und halt auch, wie gesagt, dieses Einreichen von Musik an das Label für Feedback und auch die Chance, den Label-Gründer Patrick Moxie. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen zu treffen. Ja, cool. Ich bin dem Ganzen so ein bisschen Zwiegespalten gegenüber, muss ich sagen. Es ist so ein Fifty-Fifty-Ding, jetzt vorher zu sagen, ist das cool, ist das ein Cash-Grab? Also Künstler haben ja eh irgendwie oft mit Ablehnung zu kämpfen, auch wenn man sich irgendwie bei Labels bewirbt oder so. Ich weiß noch, Metallica mal ein Interview gesehen, die gesagt haben, wir wurden von 80 Labels abgelehnt, bis irgendwer gesagt hat, so okay. Und man braucht halt diese Ausdauer und Musiker sind sowieso eher zum Großteil selbstkritisch und wenn dann viel Ablehnung kommt. Das heißt, zum einen ist es cool, dass man hier gutes Feedback kriegt, andererseits kauft man sich halt auch in das Feedback ein. Das heißt, es kann wirklich so ein, ja, es kann in beide Richtungen ausschlagen. Es kann gut sein, man kriegt Feedback von Experten, das kann den Unterschied machen, wenn die sagen, pass auf, das ist super, aber ihr müsst an folgenden Dingen arbeiten, dann kann das auf jeden Fall was werden. Ja, wie siehst du das Ganze? Also ich bin, wie gesagt, total zwiegespalten. Hier oft bin ich Fan von den ganzen Sachen, die gemacht werden und hier kann es halt irgendwie in Richtung Cash Grab und wirklich was Tollem, was so aufgebaut wird und vielleicht entsteht eine geile Community daraus, die sich gegenseitig pusht. Wie gesagt, wie siehst du das? Ich weiß, was du meinst. Ich glaube, wenn wir selber mal auf uns selbst schauen, du bist Musiker, du hast eine Band, ich bin selbst auch Musiker, habe jahrelang in Bands gespielt und mache nebenbei noch ein bisschen Musik. Ich glaube, damals, weil ich kann mich auch daran erinnern, also wir haben damals ein Album aufgenommen, ist schon ein paar Jahre her und da ging es auch darum, also das war vor 10, 15 Jahren irgendwie, da waren nun mal noch Sachen nicht wie Spotify vorhanden, wo du deine Musik relativ schnell draufpacken konntest, sondern der Weg ging oftmals, okay, wir haben hier Musik, wie bringen wir das irgendwie an die Massen? Okay, wir brauchen eigentlich ein Label. Dann machst du dir als Band, als Musiker eine ganze Menge Aufwand, so ein wirklich, wirklich cooles Press-Kit zusammenzustellen mit Informationen, hier ist die Band, hier hast du unsere Musik, das wollen wir versuchen herüberzubringen, vielleicht machst du auch noch Fotos da mit rein, das ist auch eine ganze, zumindest ist es ein Zeitaufwand und es ist manchmal auch ein Money-Aspekt, weil du Geld und Zeit da reinsteckst, dieses Press-Kit zusammenzustellen. Wenn dann die Ablehnung kommt, das ist schon sehr, sehr niederschmetternd. Ich glaube, wenn ich sowas damals gehabt hätte und gewusst hätte, okay, ich habe hier eine Plattform, wo ich draufgehe und bekomme von einem meiner Lieblings-Labels, vielleicht ist das, das ist ja so ein Electronic Dance-Label von dem Patrick Moxie, wenn es da fängt von Patrick Moxie, von seiner Arbeit und auch von den Künstlern auf dem Label gibt, dann kann ich mir das ziemlich gut vorstellen, dass die sagen, wow, geil, ich bin jetzt, ich bin relativ am Anfang meiner Karriere, ich brauche einfach mal ein bisschen Feedback und ich mag die Musik sowieso, also es ist für mich irgendwie so eine Win-Win, das heißt, ich glaube, das ist immer so ein situationsbedingt, in welcher Situation befindest du dich, was ist der Win für die, die sowieso das Label mögen und Feedback zu ihrer Musik möchten, und ich glaube, das ist ein echter Win für manche, die vielleicht nur inspirativ so ein bisschen reinkommen, ja, muss man schauen, aber grundsätzlich findest du eine coole Sache und wie du schon gesagt hast, man muss natürlich schauen, wie sich das irgendwie entwickelt, aber es ist eine interessante Sache auch für das Label an sich, weil wenn die dann Künstler bekommen und so Submissions, die wirklich sehr, sehr vielversprechend sind, dann signen die die vielleicht auch und dann haben die schon eine bestehende Community mit NFT-Haltern, die sich untereinander kennen und wenn ein Community-Member da gesigned wird, dann sagen die dann, ah, herzlichen Glückwunsch, das hat also so einen Aspekt dann auch, okay, du bist, you're one of us, du bist einer von uns, wir supporten dich natürlich, wenn deine Musik rauskommt. Ja, und einer, und das zeigt den anderen so krass, aus unserer, von den anderen NFT-Holdern wurde tatsächlich jetzt einer gesigned, das kann halt auch nochmal richtig ankurbeln, ich glaube, es hängt wirklich zu 100% davon ab, was Helix Records daraus macht. Ja. Wenn die das ernst nehmen, wenn die den Leuten gutes Feedback geben, dann kann das ein richtig geiles Ding werden, weil, wenn du da wirklich ernst gemeintes Feedback gibst, die Leute tragen das ja auch weiter, ey, ich hab hier so ein geiles Feedback bekommen, das war jeden Cent wert, holt euch die NFTs, werdet Teil von der Community, dann kann das ein mega geiles Ding werden, wenn das nur halbherzig gemacht wird auch, ne, und mal ausprobiert und dann, ah, das bringt nicht so richtig was und dann vernachlässigt wird, wäre schade, aber ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass die das ernst meinen und dann kann das geil werden, aber auch das hier ist sowas, das ist halt das Geile, wir sind gerade so in der Phase, wo alle ganz neue Sachen probieren und auch das werden wir auf jeden Fall beobachten und euch da mitteilen, wenn es irgendwie losgeht, wie das ganze Gestalt annimmt. Genau, vielleicht kommt ja da bald ein Drop und dann kann man mal darüber sprechen, ja. Auf jeden Fall. Apropos Drops, was für ein Übergang. Wir haben diesmal auch drei Drops mitgebracht, einfach so ein bisschen als Beispiele, welche die aus der Vergangenheit sind, auch Upcoming Drops und wir würden mal starten. Als ersten Drop haben wir Armin von Buchen mitgebracht mitgebracht und zwar Armin's All Access Pass heißt das Ganze und ihr seht das hier, das ist die Page für die Leute, die zugucken. Ein paar Infos dazu, der MINT-Preis war 0,16 ETH oder ist 0,16 ETH. Die Collection Size sind 2,500 und das läuft tatsächlich gerade auch noch, der MINT. Und für die Leute, die zugucken, ihr könnt das hier sehen, mittlerweile sind ungefähr 1.000, 1.100 wurden gekauft davon. Das heißt wirklich schon nicht gerade wenig sind da über die Theke gegangen. Der Floor-Preis ist im Moment was drunter. Bei OpenSea sind die im Moment für 0,115 zu haben. Es ist quasi so ein All Access, wie der Name schon sagt, Club-Mitgliedschaft, die man mit diesem NFT erwirbt. Und man kann auf den Discord-Server natürlich von ihm gehen. Man soll exklusiven Content kriegen, Livestreams von Studio-Sessions zum Beispiel und AMAs mit ihm machen, Exclusive-Meditation-Session gibt es zum Beispiel auch. Und ja, ich denke mal, das ist hier wirklich sowas für die Core-Armin-Van-Buchen-Fans. Das ist so ein klassischer Drop, würde ich sagen. Es ist ein bekannter Künstler, der jetzt seine Mitgliedschaft an seine treuesten Member, die gerne 200 Euro oder wie viel es ist umgerechnet 200, 300 Euro bezahlen, um quasi Teil dieses exklusiven Fan-Clubs zu sein. Es ist quasi ein moderner Fan-Club und die Mitgliedskarte ist der NFT. Ja, ansonsten würde ich dazu gar nicht viel sagen, sondern es ist wirklich einfach nur so ein Beispiel für einen modernen Fan-Club, wo der Künstler seinen Fans die Möglichkeit gibt, nah an ihn ranzukommen. Gut. Alles klar, den nächsten Drop, den wir mitgebracht haben, ist eine alte Bekannte. Und zwar ist das die Violetta. Die hat letztes Jahr, im April 2020, eine Collection rausgebracht. Nennt sich Moonshot. 2500 Supply. Komplett ausverkauft gewesen. Sie hat wirklich einen großen Erfolg damit gefeiert. Ist regelmäßig in den NFT-Charts auf OpenSea gelistet. Hat sich wirklich als eine der Blueprints in diesem Bereich etabliert. Ist für viele so ein bisschen Vorreiterrolle. auch Mentor und Vorbild für andere, die in den Bereich einsteigen, wie man es dann machen kann erfolgreich. Und die bringt jetzt eine neue Collection raus. Nennt sich Gypsy Heart. Dafür hat sie auch einen Mint-Pass rausgebracht, der in zwei Stufen herausgegeben wurde. 0,08 ETH waren es. 1000 Mint-Passe. Die neue Collection Gypsy Heart, das sind 5000 NFTs. Also sie packt noch eine Schippe drauf. Man muss dazu sagen, jeder Halter von einem Moonshot-NFT bekommt einen Airdrop von dem neuen, von der neuen Gypsy Heart Collection. Das heißt, hier hast du schon 2500, die automatisch an die Halter gehen. Du hast 1000 mit dem Mint-Pass. Und dann hast du noch 1500, die sozusagen gemintet werden im Public. Ich finde es sehr interessant. Sie hat wieder keine Mühen gescheut, wirklich sehr, sehr coole Visuals zu machen. Bin mir nicht sicher, ob ihr Vater wieder mit dabei ist. Der ist ja ein Disney-Illustrator. Es geht hier um fünf Songs. Die Visuals sind wirklich sehr, sehr schön. Der Reveal wird dann kommen, wenn das gemintet ist. Wie sieht das mit den Utilities aus? Aber man muss schon sagen, dass die Violetta sich sehr, sehr viele Gedanken macht. Und es ist wirklich eine ganze Stange von Utilities. Das ist dann immer heruntergebrochen, je nachdem, was für einen NFT du besitzt. Hast du jetzt einen Golden Frame, einen Common Frame, hast du einen Gypsy Heart NFT, dann hast du auf jeden Fall das. Du bekommst Merch, Discount, Unreleased Music, Weekly Zoom Concerts. Das macht sie auch für die Moonshot-Halter wirklich jede Woche. Das muss man schon echt sagen. Jede Woche steht die da auf der Matte und macht Konzerte mit der Community. Wow, muss man dazu sagen. Also das kann man so ein bisschen genießen und mal schauen, was hier mit dabei ist. Man kann auch in das Studio, wenn man eins von den rareen NFTs besitzt, hier ist es eine Moonshot plus einen Alien Cat von Gypsy Heart. Also das ist diese Kombination dann. Du bekommst einen 2-Day-Pass um ein Studio, die wir dazu besuchen. Privatkonzerte gibt es, ne? Der kommt noch. Wann kommt der Drop? Sie hat gesagt, gegen Ende Januar. Wir haben jetzt Anfang Februar. Sie ist noch nicht rausgekommen, die Collection, ne? Man schaut auf jeden Fall gespannt. Es gibt aber jetzt noch keine konkreten Informationen, wann denn wirklich das Mint-Date ist. Genau. Ich bin gespannt. Kann eigentlich nur erfolgreich werden. Ich denke auch. So, zu guter Letzt haben wir keinen geringeren als Snoop Dogg zusammen mit Billy Ray Cyrus. Und die bringen eine NFT-Collection raus mit dem Namen A Hardworking Man. Das Dropdate ist eine Woche lang. Die Drop-Woche quasi ist der 21. bis 28. zweite. Das heißt anscheinend timen die das und cutten dann den Supply. Mal sehen. Vielleicht ist es auch nur so grob. Bis dahin geht's los. Das ist passend zu der Single, die die letztes Jahr im April rausgebracht haben. Die hatte den Namen, nämlich A Hardworking Man. Das war eine Collab von den beiden. Und die releasen das über crypto.com. Und es gibt drei verschiedene Tears, in denen man das minden kann. Interessant. Die Hustler Edition, die Overachiever Edition und die Baller Edition. Ja, Zugang zu exklusiven Partys, Live-Konzert-Tickets. Man kann irgendwie verschiedene Metaverse-Experiences dann da gewinnen oder kriegt die. Je nachdem, umso teurer quasi die Edition und umso seltener man sich die kauft, umso mehr Perks kriegt man quasi. Man kriegt irgendwie in der Baller Edition zum Beispiel Party mit Snoop Talk zusammen bei einem exklusiven Event. Weißt du, so Sachen halt irgendwie, die dann wirklich auch wieder so ein bisschen wie bei dem Armin van Buren Ding hier halt nur noch gestaffelt in verschiedenen Preisligen, wo du dann wirklich mit dem Fanclub eigentlich, ein moderner Fanclub so gesehen. Ich habe jetzt auch gesehen, sie haben jetzt auch hier zwei Pre-NFTs rausgebracht, mit denen man quasi so eine Art Vorverkauf auf die NFTs hat. Und zwar die Overachiever Edition. Die sind nicht günstig. 500 Stück. Overachiever war die, ich gucke noch mal kurz nach, das war die mittlere, das heißt nicht mal die teuerste von den drei Pass-Varianten. Gibt es 500 NFTs, 0,609 E's. Und ja, 999 Dollar quasi jetzt im Vorverkauf und sonst 1.500 anscheinend. Wurden bisher sechs von 500 gemintet. Wann ging das los? Kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen. Ich habe letzte Woche reingeguckt, da gab es noch nicht diesen Vorverkauf. Das heißt, es muss relativ frisch jetzt wirklich da sein. Also letzte Woche war es noch nicht da. Das heißt, ja, muss frisch aufgemacht worden sein. Müsste man noch mal im Twitter nachgucken bei denen. Und die Hustler Edition, das ist ja quasi so die niedrigste Eintrittsstufe, kostet auch stolze 0,151 E's. Gibt es 2000 von. Und da hat man auch halt den Rabatt später 299, jetzt 249 Dollar beziehungsweise umgerechnet 0,151 E's. Wurden 36 von 2000 gemintet. Also die bereits etablierten Künstler kommen anscheinend auf den Geschmack, ihre Fanclubs quasi in Form von NFTs aufzubauen. Ich meine, Snoop Dogg ist sowieso mega aktiv im NFT Space, mit Eminem zusammen, das Video mit seinem Board Ape. Ja, ich bin mal gespannt. Der MINT ist wie gesagt erst Ende Februar. Da werden wir dann im Nachhinein bestimmt noch mal drauf gucken, um zu schauen, okay, wie ist das dann gelaufen, wie haben die Fans das aufgenommen, wie ist das Ganze so gelaufen. Genau. Und damit sind wir auch eigentlich schon am Ende. Das waren so die Drops, die wir heute für euch mitgebracht haben. Ja, super. Dann haben wir wirklich eine ganze Menge gehabt. Wir haben über Royal gesprochen und Künstler-Onboarding. Wir haben kurz über das NFT-Music-Manager-Spiel Amused gesprochen. Eine kleine Inspiration in Richtung MiBits und AI-Music für NFT-Communities. Nochmal die Erinnerung daran, schreibt uns gerne eine Message auf Twitter und folgt uns. Den Link findet ihr in den Shownotes oder auch hier in der Mitte zwischen uns. Und wenn ihr uns eine DM und uns folgt, dann schicken wir uns einen MINT-Link und dann könnt ihr dieses Po-Up-Claim. Yes. Genau. Damit, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bald geht's los mit Interviews mit verschiedenen Künstlern und Marktteilnehmern. Da könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal drauf freuen. Wir freuen uns auch, wenn ihr dem Podcast auf Spotify und auf YouTube eine Fünf-Sterne-Bewertung beziehungsweise einen Daumen hoch gebt und das Abo aktiviert. Yes. In dem Sinne, macht's gut. Bis dann.